Herr Dings und Fräulein Timmerlin, Sie möchten mit dem Entstand der Ehe treten. Der Paragraf... 560 habe ich selbst. Ah ja, und die Zivilstandsordnung, Litera 2, K, A, F... Litera 3, der FF. Was? FF. Sicher. Na, nun ist es ja gleich. Reichen Sie sich die Hand. Fräulein Timmerlin, ich richte nun an Sie die Frage. Wollen Sie mit Wendelin Pfannenstiel... So sagen Sie ja. Ja. Wendelin Pfannenstiel, ich richte nun an Sie die Frage. Wollen Sie mit Julia Zimmerlin? So sagen Sie ja. Nein. So ist laut Paragraf und und so weiter und, und äh, Dings da, ja, dies, ein Ehebund. Nein, habe ich gesagt. Na ja, ist es, oder? Was haben Sie gesagt? Ich habe Nein gesagt. Nein? Aber... Aber das gibt es doch nicht. Das hat es doch gar nie. Oh! Nein! 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 Ist es schlimm? Nein, nein. Es hat ihm nur rausgehängt. So, und jetzt hei. Das Hochsee gesessen ist schon bereit. Nichts! Das ist ja schon. Vielen Dank.